Hallo, das ist Ray. Wollte nur mal schnell Hallo sagen. Liebe Grüße vom Lambrittsberg, Fulgo Vicky, wo ich zur Zeit wohne und auch ein bisschen Knecht bin. Und dachte mir, wollt euch nur schnell mal Hallo sagen und euch zeigen, wie super das Wetter hier oben ist. Sau kalt, aber trotzdem schön. Und ja, ich freue mich auf euch schon wieder auf Arbeit, die hoffentlich bald kommt. Anyway, liebe Grüße an euch alle. Bye bye. Talk to you soon.